Das sage ich. Ich muss auf Amazon also im Prime Abo verfügbar sein, auf Amazon. Muskelkater rein und lauf'n wär armselig. Chat, ich hab mich zwei Jahre... Hab ich... Hab ich gar nichts so gemacht. Die Richtung lauf' technisch. Okay, ich tronch' einfach beide Schüsse, Digga. Was ist das für ein Playbo? Wir haben den Rest geortet. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Die Operation des Trucks massiert. Gute Jagd. Ich muss gerne dann da rum, dass Eis ist, wenn ich den im Stream gucken kann. Ich glaub Sirena hat das nicht bloß. Wir haben eine Upload-Position auf deiner Taktik-Karte markiert. Begib dich dorthin und der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten! Gute Nacht, Redneck. Schlaf gut, mein Bro. So. Wir haben den Rauch abgeschossen. Markiere den Rest des Trucks auf der Taktik-Karte. Viel Erfolg! jetzt über play von mir alles gut oder auch nicht das war bestimmt nicht das was der prä machen wollte ist hier eine katz und maus jagd oder was die hurricane ist gar nicht mehr so unfassbar schlecht geht eigentlich voll so Digger, dieses Sound-System. Ich halte kurz fest, ich habe die jetzt 10 mal gekillt und noch 3 mal mehr genockt und der gibt mir Finisher, fair play to this guy. Weiß ich nicht Freedom, weiß ich wirklich nicht. Ich habe auf jeden Fall noch, ich glaube ich habe erst einmal einen Shadow Bomb bekommen. Kann sein, dass da irgendwie was gemacht wird im Hintergrund, aber wir müssen jetzt nicht aktiv. Haben die eigentlich schon Loader gekauft oder das kam dann, ist da gestoppt? Och nö. Das sind schon wieder dieselben, ihr seid so shit. Pussy, 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 Pussy. No lag, hurriedo. Fier war so. Even when we're not together. Die sind halt nicht mal schlecht die Typen, ne? Das ist halt das cringeige. Ach du Scheiße. Ach du Gott, ihr seid so shit. Guck mal wie random, ich habe so Pech. Das ist auch geil Mr. Freedom. Das ist eine geile Sache. Sharon, was geht? Sharon auch ein schöner Name. Also schön, doch schon ein geiler Name. Digga, ich hatte so eine gute Runde und ach. Loader am Arsch der Welt. Vier Geeks campen mein Loader ab. Can't make it up, Chat, um 1 Uhr 10. Da muss man auch einfach loslassen. Gleich so wie es ist. Wie lange habe ich heute eigentlich gestreamt? Fünf Stunden, ne? Ja, irgendwie mein Stream ist ja dreimal abgeschmiert. Guck mal, die sind einfach immer noch da, Digga. Was ist denn bei denen? What is wrong with these guys, man? Scheiße, wie viele Platten waren hier? Hä, wo sind sie jetzt hin? Ein Problem, Sharon, bin noch da. Kann auch theoretisch sogar noch mehr als zwölf Platten tragen. Ach, Digga. Guck mal, wie cringe die sind, Chat. Hat mich jetzt gechased, nur um so auf die Fresse zu kriegen. Schade. Jetzt drehen wir mal den Spieß um, sage ich. Ach, Digga. Och, ich habe echt keinen Bock. Es ist so schlimme Lobbys. Die alle so shit. Er ist einfach da oben, Digga. Oh, oh, oh. Er ist einfach höheres Level als ich. Gerade Respected. Ah ne, 10 Level unter mir. Aber fast Level Level. Ich habe es noch einmal gesehen, ja. Direkt am Anfang. Direkt ein Tag nach Release. Gleich halt verdienen mit dem Prez. Ganz anstrengend, Digga. Ich hatte 8 Kills, ne? Direkt am Anfang, jetzt habe ich 1 Kill gemacht. Zeit dem. Ist so verrückt. Lobbys gönnen würde ich sie überhaupt gar nicht. So den ganzen Abend. Außer die davor, die war geil. Aber davor habe ich auch 3 Stunden keine guten Lobbys gehabt. Also. Schwer. Schwierig. Schwierig. Schwer. Schwer. Hilf. Schwer. 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 Drei Saal der Vorratsstabion gewählt. Ich habe mich operatet und truss markiert. Gute Jagd. Du wirst halt legend normal nie machen, aber ich brauche halt jede Platte, die ich kriegen kann. Bro, what the fuck ist dein Mann? Markiere den Frett von ihnen. Ich raffe auch gar nicht, von wo ich für die ganze Zeit abgeaimt werde. Oder von wo auch. Über mir. Ich fand den Film gut. Geiler Film. Aber ein bisschen eigen natürlich. Bisschen eigen. Hallo? Wo waren gerade meine Schüsse? Okay. Wo habe ich denn gerade hingeschossen? Habe ich einen Millimeter zu weit links geschossen, oder was? Oh ja. Man ist halt wieder so. Oppenheimer, meint er. Mr. Schick, ich danke dir noch für sieben Monate. Bester Mann, weitermachen. Ach, war dankeschön, Mr. Schick. Worin ich jetzt gerade sehr müde bin. Hey, Blu. Help. Blu, help. Blu. Hey. The fuck, man. Hey, blu. Blu. Achter. 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 eine platte haben wird alles gut wir machen jetzt nur man sich drehen noch mal war noch mal alles an ich glaube das hilft leider nicht viel in der lobby gute nacht vor machen wir bis das schickt dankeschön für den support dankeschön sehr nett von dir bist du noch fußball nähe schon seit zwei jahren nicht mehr aber wenn ich wieder deutschland bin habe ich auf jeden fall vor da zu fragen es kompliziert wir sind ja alle unten alle loslassen die Drohne ist im Einsatz. Aufklärung online. Drohne hat keinen Treibstoff mehr. Die Caps zur Basis zurück. Guck mal, warum sitzen da denn zwei von denen? What the fuck? Geht jetzt in die Sicherheitszone. Der Reint fliegt zu dem Gebiet ab. Auf den Himmel ab. Ich kann ihn nicht resen. Er hat ja nicht mal eine Ding. Ich brauche eine Maske. Ach du Scheiße. Ich bin hier. 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 Schaff es oder stirb. Der Feind setzt deine Bombendrohne ein. Heiß. Hä? WTF? Waren da nicht noch mehr Leute am Leben? Danke Elbende. Hat er die gekillt oben? Sind sie an der Zone gestorben? Waren da nicht 3 Leute noch am Leben eigentlich? Das kann ich dir leider nicht beantworten. Ja Hiwan, unter anderem genau. Autozeichen Brille davor Auls, da kannst du nicht mal durchklicken. Ich hab das orange Modell. So sieht das aus. Gute Nacht. Gute Nacht. Dümdüm. 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 Das war so ne Kackrunde eigentlich Digga. Das war wirklich ne richtige Kackrunde.